Perfekt! Du hast es! Wir werden immer besser! Sehr, sehr gut! So, ich freue mich sehr! Und jetzt! Jetzt einen T-Roll-Test, wo sogar diese Urenkel von Reden werfen, hoffentlich! Und, na gut, wir werden ja verwandeln. Dann gab uns mal die Erzieherin, die ja die Nazi-Roll war. Habt ihr das gehört? Also nicht, aber so war das damals. Sie hat einen Test gemacht. Wir wollten einen ganz kurz an diese Assistentin, die den Test noch besser kann als ich. Bitte mal einen großen Applaus. Komm mal ganz kurz nach vorne. Carmen, komm mal kurz. Wenn ich das jetzt hier falten... Darf ich... Helfen Sie auch Carmen? Die helfen auch Carmen und stehen auf... Nein, Carmen, warte mal. Du weißt, wie es geht. Haben Sie das zu trinken, aber Sie könnten löschen, wenn es nicht funktioniert. Ja, kommt so, ich komme davon. Tut da auch. Dann habe ich ja zwei Carmen's vor. Ja, das war lustig, sagt Carmen. Hallo? 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 Carmen? Oh, es kommt durch nach vorne. So. Ihr Name ist Carmen? Achso. Aber Sie sind... Haben Sie sich bei Carmen aber gleich einspringen, um den Tee zu trinken, aber sehr gut. Also. So. Also. Jetzt. Jetzt bitte ein bisschen... So. Du drückst gar nicht drauf. Dann brauchen wir spannende Musik. Ist das jetzt richtig, dass ich das hier abschneide? Unterhalb der Klemme. Unterhalb der Klemme? Von beiden. Von beiden. Okay, warte mal. Mach ich das so? So. Kannst du schon mal ein bisschen diese spannende Musik reinmachen, Christian? Diese spannende Musik. Wie? Das ist ja nicht so spannend. Jetzt. 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 Und hier. Dieser Ellen Blau hat immer bei allem was er gemacht hat. Und er hat immer so gemacht und sogar total am Abbrunieren. Wir machen das nochmal. Und jetzt. Jetzt, jetzt. Ich hab' echt ganz cool, was das ist. Ich hab' euch das letzte Mal noch ein bisschen gespart, aber ein Klicks. Wenn ich länger rum muss, muss ich über zu den Augen noch zurück gehen. Ich hab' dich misery gemacht. Winther Klemme. Jetzt. You pasó . War doch, ich habfi fast. Mein war jetzt. Ja? Oder nicht? Ach, sie gibt Luft raus. Danke. Sie sind doch versicher, oder? Ja? 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 Ja?